was geht ab von der nacht und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von the division wir spielen wieder eine einphasen operation passend zum wochenende alle guten dinge sind nämlich drei und supportet dass das wäre echt nice auch so ein bisschen feedback dann lassen damit man weiß was man am besten wie noch für euch rüberbringen könnte kann und werde ansonsten vielen dank dass ihr zugeschaltet habt und jetzt geht die action los würde ich mal sagen oder auch nicht nein quatsch wie findet ihr den neuen waffen habt ihr da ein kleines feedback für mich und meine herangehensweise jetzt bin ich auf jeden fall so gut geskillt sozusagen gut ausgerüstet dass man das auch machen kann vorher war das halt ja ich hatte nur diese maschinenpistole deshalb ist es gut dass ihre gesammelten daten uns zu einigen der entscheidenden leute bei diesem plan geführt haben schalten sie sie aus bevor es wieder heiß wird ja also rein in die action direkt würde ich sagen chirurgischer eingriff okay es kommt auf jeden fall von links wo ist es denn sichtweite wieder im normalbereich besser ist hat ok wie lautet mein plan die können ruhig hochkommen habe ich nichts gegen wo ist der rest von euch da unten krieg ich hier von hier ach komm wir gehen runter sonst dauert das ganze noch viel zu lange total satan brennen das war's schon ok nach oben wieder wieder nach oben mal gucken was wir uns jetzt entgegen zu setzen haben boom so 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 alarm feinde in der nähe fack Komm her, hau nicht ab. Ach, nee. Ach so, da ist er. Nur noch du da hinten. Das geht ja schnell. Okay. Hier oben geht's weiter. Die nächsten Fotos. Jetzt scheinen wir zum Schluss zu kommen, denke ich mal. Ups. Und. Weiter geht's. Okay. Okay. Hm. Ach du Scheiße. Danke, dass du gewartet hast, bis ich nachlade. Das ist echt fresh von dir. Oh. Na wo Seite denn hin? Durchfassen. Und was? Oh, das ist ganz schön. Ach, das ist absolut. Ach, das ist ein bisschen so zugekommen. Oh, das ist ein bisschen sinnvoll. Und, das ist eigentlich nicht so zugekommen. Oh, das ist alles. Nase juckt! Das ist ja schön, dass sie da unten alle aufreiten. Ach, ne doch nicht! Er wollte schlau sein. Warnung! Schwergepanzerter Feind nähert sich ihrer Position. Okay. Ah, nur kurzzeitig. Hoppala! Wo ist er denn? Der ist schwergepanzerte. Messerstecher. Ich muss das tun. Ich muss das tun. Ich muss das tun. Jetzt haut der Arpa. Einmal Speedy Gonzales mäßig. Weg damit. Sehr schön. Haben wir noch gut hinbekommen. Nur noch ein Rang. Wenn ich das dieses Wochenende noch hinkriegt, dann kommt natürlich mit euch die erste zwei Phasen-Operation. Die werde ich denn live mit euch spielen. Es war alles nur Schrott, aber egal. Vielen Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Supportet das ganze. Ihr wisst ja wie es geht. Däumchen nach oben. Schreibt was in den Kommentaren. Empfehlt mich weiter. Macht ein Abo. Das wäre ganz nice. Also hauen sie rein.